Neandertaler Talk, dein Podcast von Mann zu Mann. Business, Beziehungen und Sex. Viel Spaß. Neandertaler Talk, dein Podcast von Mann zu Mann. Ja, herzlich willkommen am weiteren Dienstag und ich wünsche dir einfach jetzt schon mal einen richtig schönen Tag. Oder ich hoffe, du hattest es einfach einen schönen, du hattest schon einen schönen Tag, weil du erst am Abend den Podcast hören kannst. Ja, das Thema Haltung, Stimme, Mann. Also die Präsenz des Mannes oder vom Mannsein der Männlichkeit, die man so bei uns verstehen kann und wie ich es verstehe. Ich habe mir da ein paar Gedanken gemacht und habe mich da auch wirklich nochmals hingesetzt und gedacht, was ist jetzt eigentlich die Präsenz und beziehungsweise auch die, wie wirkt man so als Mann direkt und ehrlich? Natürlich kommt die ganze Vorarbeit auch noch dazu. Das heißt, wenn du immer wieder von mir auch hörst, suche dir eine Vision, eine Lebensvision. Suche dir Werte, die du einfach weißt, die du vertrittst und lebe auch nach diesen. Das hast du von mir schon einige Male gehört und wirst du natürlich auch immer wieder in Zukunft auch hören, wer das einfach mein Steckenpferd ist, die eigene Vision so zu finden und sich in dieser Erdung auch wirklich zu finden und sie mit Werten auch zu vertreten. Jetzt geht es auch einfach darum, die Haltung an sich gegen außen auch zu repräsentieren. Wenn du einfach mal so rumschaust und denkst quasi, boah, das ist ein echter Kerl oder das ist ein richtiger Mann, wie wirkt er oder weshalb wirkt er ja auch so auf dich? Und wenn er nochmals spricht, dann denkt man immer wieder so, boah, also so eine klare, deutliche Sprache, die hätte man vielleicht auch selbst gerne. Heute möchte ich dir auch ein paar Tipps dazu geben. Wie du das auch umsetzen kannst. Und da gebe ich dir auch zwei, drei Tipps mit, die ich so als Militärpolizist auf der Strasse, also ich war ja 13 Jahre Berufssoldat und einfach so gelernt habe, auf der Strasse, im zivilen Umfeld, unter den Soldaten, allgemein oder auch einfach als Führungsposition, als Führungspersönlichkeit zu halten. Die Haltung an sich muss einfach ganz klar für dich zentriert sein. Was heißt das genau? Wenn du magst, oder vielleicht hast du das später, aber jetzt, wenn du magst, einfach mal hinzustehen, dann spüre einfach mal dich selbst. Spüre einfach, wo du stehst. Stehst du mehr auf den Füssen, also auf den Zehen vorne, aus dem Fussballen, oder stehst du eher auf den Fersen, also ein bisschen zurückgelehnt? Hast du geschreckte Knie, oder bist du eher in einer lässig-wippigen Art stark in den Knien zum Beispiel, also machst du es vielleicht so ein bisschen klein? Und wie ist dein Gesäss? Also das heisst, bist du stehend, auch ein bisschen so nach dem Motto, mein Schwanz kann man sehen, oder hast du, das wird ein bisschen das Becken so ein bisschen nach hinten gekippt, damit deine Eier so ein bisschen zwischen den Schenkeln bammeln, sozusagen so wie ein bisschen geschützter sind? Und wie ist dein Rücken, deine Schultern? Hängen die einfach vorne runter? Oder sind sie übertrieben nach hinten gezogen? Und dann noch dein Kopf, dein Hals, dein Nacken? Schaust du permanent nach unten? Oder hast du dein Kopf so nach vorne gerichtet und so gegen nach unten? Oder hast du den oben, gegen vielleicht sogar weit nach hinten? Da gibt es viele Variationen. Fühle einfach mal so, wie du gerade stehst. Jetzt möchte ich einfach, dass du tief in den Bauch atmest, so richtig den Atem in die Eier herunterleitest, dass du einfach spürst, du bist da. Dann spürst du auch einfach deine Füße bis zentriert stehen. Nichts zu sehr nach vorne, nicht zu sehr nach hinten, einfach klar auf den Füßen, leicht in den Knien, nicht durchgestreckt, aber ganz leicht. Und der Kopf zieht dich an der Scheitel, so wenn, du hast ja einen Wirbel, meistens, wenn man noch Haare hat, also ich habe ja noch, aber wenn man da einfach sich vorstellt, verlängert durch den Nacken, also durch die Walswirbelseile hoch, so an dem Mittelpunkt des Schädels, zieht dich da ganz leicht was hoch. Durch einen leichten Faden streckt dich ein wenig und der Kopf schaut ganz normal nach vorne. Deine Schultern sind nicht nach vorne gehängt, sondern durch das Ziehen am Schädel, dieses erleichtert, diesen leichten Faden kommen die Schultern in eine sogenannte neutrale Position, würde ich jetzt eben so sagen und deine Brust ist nicht herausgestreckt, also das heisst nicht, dass du die Schultern nach hinten ziehst und den Brust heraus drücken musst, sondern einfach durch dieses Ziehen hebt sich einfach die Brust ganz wenig und du siehst gerade nach vorne. Diese Position ist eigentlich diese Position, die es sich lohnt zu halten und so durch die Welt zu gehen. Weshalb lohnt sich das? Schau mal, es kommt ja nicht darauf an, wie gross das Mann ist. Darauf an kommt es, wie du dich fühlst beziehungsweise bist du auf diese Größe, die du hast, stolz. Wenn du zwei Meter gross bist oder vielleicht wie ich 1,90, dann bist du sicher überdurchschnittlich gross und wir grossen Menschen haben manchmal so das Gefühl, wir müssen unsere Köpfe oder unsere Schultern ein bisschen nach unten hängen lassen, was viele Männer dann auch so in diese Buckelform gibt. Aber auch manche kleinere Männer, die dann breitbeinig dastehen nach dem Motto ich bin da vollkommen da, aber sie so viel grösser machen müssen, als sie tatsächlich sind. Nochmals, es kommt nicht auf die tatsächliche Grösse darauf an, sondern wie du dich repräsentierst. Denn du musst sehen, das was authentisch wirkt, ist das, wenn man einfach normal dasteht und diesen Zug nach oben hat und sich einfach so auch diese Grösse, die man hat, einnimmt. Denn du hast es verdient, diese Grösse auch einzunehmen. Auch diejenigen, die komplett breitbeinig dastehen. Du machst es klein. Du machst dich klein. Denn die normale hüftbreite Position, das ist die Grösse, die du hast. Aber wenn du dich breiter hinstellst, machst du dich ein bisschen kleiner. Natürlich wirkst du dann nochmals ein bisschen bulliger. Aber die Grösse, weil du willst ja Grösse zeigen und nicht Aggression. Ohne dabei die Aggression zu verstecken. und durch das tiefe Atmen in dein Ei hinein, durch den Unterbauch hinein, strahlst du automatisch aus, dass du Mut hast, dich dem Leben zu stellen. Durch diese Kombination hast du einfach die Ausstrahlung in der nonverbalen Kommunikation. Sei nicht überrascht, wenn der eine oder andere zu dir kommt und sagt hey, was ist jetzt mit dir passiert? Sei nicht vielleicht so aggressiv, wenn du dich immer ständig so klein gemacht hast und auf einmal viel grösser wirkst. Dann stehe einfach hin und sage nein, ich zeige einfach nur meine Grösse. Punkt. Und durch das tiefe Atmen kannst du wird deine Stimme nochmals anders. Wenn du nur in den oberen Bereichen atmest, also durch die Brustmuskulatur atmest, dann ist es immer eine gepresste oder hoche Atmung, also du hörst schon auch schon in dieser Atmung, wenn ich diese Atmung auch in gewisser Art und Weise vielleicht noch ein bisschen übertrieben darstelle, aber einfach, dass du es hörst, aber sobald ich runtergehe in meinen Bauch, Unterbauch, in meine Eier hinein und einfach den Mut habe, mich euch so zu zeigen, aber auch das Risiko eingehen, einen Eierschlag von euch gekriegt zu haben, dann zeigt es Größe, weil ich, weshalb muss ich Angst haben, nämlich keine, aber Respekt, na klar, aber wenn man selbst von seiner eigenen Größe Angst hat, wie sollte denn jemand anders einen Respekt vor dir kriegen, wenn du dich schon von Anfang an klein machst, mach dich nicht klein, atme tief, zieh dich hoch mit diesem Trick, den ich gerade gesagt habe und rede mit deiner männlichen, normalen, eigenen Stimme, die dann zu geltend kommt, wenn du tief in dem Bauch atmest und jetzt noch der kleine und letzte Trick, den habe ich auch von einem guten Freund von mir erfahren, den der hört ihr gleich auch im Abschluss vom Interview mit Gary Stütz, bei dem ihr einfach klar hinsteht, euch in den Augen schaut, also im Spiegel und einfach das Telefon Geräusch macht, wenn ihr das jemand weiss, ihr seid noch am Telefon, also dieses Geräusch und wenn ihr das gemacht am Morgen, dann kommt ihr in eure Energie, dann kommt ihr in eure Stimme, dann kommt ihr in eine Größe und umso mehr ihr eure Vision und Werte gefunden habt und lebt, umso mehr repräsentiert ihr das nochmals. Authentisch Mann sein macht Spass und Freude. In diesem Sinne wünsche ich dir einen schönen Tag, geh noch auf iTunes, wenn du magst, gib noch eine Bewertung ab, würde mich extrem freuen, damit noch mehr Männer von diesem tollen Podcast profitieren können. Tschüss. Ja, noch was? Auf www.neandertaler-talk.com findest du noch viele Büchertipps von den Interviewpartners, die mir so zugetragen wurden während des Interviews in den Shownotes, hast du gleich eine ganze Auflistung, die du auf direktem Weg anschauen kannst. Viel Spass dabei! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Untertitelung des ZDF, 2020